Viele Frauen und auch immer mehr Männer wünschen sich eine strahlende, ebenmäßige und vor allem reine Haut. Dies entspricht jedoch nicht immer der Realität. Zahlreiche Umwelteinflüsse, Stress und falsche Pflegeprodukte belasten die Haut. Oftmals werden von Laien falsche Pflegeprodukte in der Drogerie gekauft. Diese verfügen oftmals über schädliche Inhaltsstoffe, welche die Haut nur noch weiter strapazieren. Natürlich hat man auch die Möglichkeit, sich in einem Spa verwöhnen zu lassen. Außerdem erhält hier die Haut die richtige Behandlung, wird verwöhnt und erstrahlt in neuem Glanz. Doch diese Behandlung ist natürlich nicht kostenlos und mitunter sogar äußerst teuer. Nicht jeder kann sich solch einer Behandlung wöchentlich unterziehen. Doch hier kommt die gute Nachricht. Es gibt ein äußerst wirksames Mittel, welches so gut wie gar kein Geld kostet und ein wahrer Wohlgenuss für die Haut ist. Dieses Wundermittel ist ein einfacher Eiswürfel. Doch wie funktioniert das Ganze? Wie kann ein Eiswürfel das Hautbild verbessern? Dafür braucht es doch eigentlich verschiedene Lotion, Öl und Gesichtswasser oder nicht? Falsch gedacht. In unserem heutigen Video erklären wir dir die Anwendung mit einem Eiswürfel, um das Hautbild sichtbar zu verbessern. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Wie funktioniert also nun die Behandlung mit einem Eiswürfel? Gehst du mindestens einmal täglich mit einem Eiswürfel über deine Haut, so wirkt deine Haut strahlend und sieht einfach gesund aus. Außerdem werden durch die Kälte die Blutgefäße stimuliert und ziehen sich zusammen. Dies hat wiederum einen positiven Effekt auf die Nährstoffversorgung der Haut und lässt sie erstrahlen. Des Weiteren hilft die Behandlung mit Eiswürfeln bei der Reduzierung von Akne und Entzündung der Haut und lässt sie weniger rot erscheinen. Außerdem reduziert sich durch die Anwendung die Talgproduktion der Haut. Natürlich sollte man die Haut jeden Abend von Makeup befreien und sie gründlich reinigen. Wäscht man sich das Gesicht mit Wasser, so reinigt es zwar die Poren, doch diese bleiben dadurch offen. Macht man es sich zur Gewohnheit, immer nach dem Gesicht waschen die Haut mit einem Eiswürfel zu behandeln, so ziehen sich offene Poren wieder zusammen und eine Verstopfung dieser wird verhindert. Die Behandlung mit Eiswürfeln lässt Tränensäcke verschwinden. Hierfür reibt man einen Eiswürfel einfach mit leicht kreisenden Bewegungen über die betroffenen Stellen. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich durch Eiswürfel auch Falten verringern lassen bzw. nicht mehr so leicht entstehen können. Durch die Kälte ziehen sich die Gefäße zusammen, was insgesamt zu einer strafferen Haut führt. Wobei helfen Eiswürfel noch? Eiswürfel helfen zum Beispiel beim Modellieren von Wangenknochen. Stark sichtbare obere Wangenknochen gelten als Schönheitsideal. Trotzdem sind zahlreiche Menschen nicht mit solch einer Gesichtsform gesegnet. Dies lässt sich aber ändern. Hierfür füllt man eine Schale zu zwei Drittel mit Milch und Eiswürfeln. In diese Mischung taucht man ein Tuch und legt es sich auf das Gesicht. Um die Wangenknochen noch besser zu modellieren, empfiehlt es sich Eiswürfel zusammen mit der Milch einfach einzufrieren und dann fünf Minuten mit dem Eiswürfel über die oberen Wangenknochen zu gehen. Eiswürfeln helfen zudem gegen Pickel. Hat man einen lästigen Pickel entdeckt und möchte ihn so schnell wie möglich loswerden, empfiehlt sich ein Kamilleneiswürfel. Die Kälte mindert die Schwellung, die Kamille wirkt antibakteriell, sodass sich kleine Entzündungen leicht in den Griff bekommen lassen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.